Guten Tag! Heute hören wir wieder ein Arrangement des 4. Satzes der 9. Sinfonie von Beethoven und sehen gleichzeitig die Noten. Das ist eigentlich ein Orchesterwerk mit einem großen Chor. Ich habe das Stück diesmal für zwei Violoncelli, Klavier und optionalen Kontrabass oder drittes Violoncello oder Fagott arrangiert. Es gibt schon Versionen für Querflöten, Oboen, Klarinetten, Fagotte, Saxophone, Violinen und Violoncelli. Falls eine Besetzung, die Sie wünschen, fehlt, schreiben Sie bitte unten in die Kommentare. Wir versuchen, nach Möglichkeit Ihren Wunsch zu erfüllen. Sie werden hören, wie man eine Sinfonie auch mit einer kleinen Besetzung überzeugend darstellen kann. Wenn Sie Profis oder ein bisschen fortgeschrittene Amateure sind, könnten Sie damit vielleicht Ihr Publikum voll begeistern. Im Übrigen ist das, was Sie gerade sehen, ein Werbevideo für den Notenshop Kumai. Im Notenshop Kumai finden Sie viele interessante Arrangements berühmter Stücke von Klassik bis Volkslieder. Heute hören und sehen Sie ein Beispiel davon. Viel Spaß! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie gesagt, wenn eine gewünschte Besetzung fehlt, schreiben Sie bitte unten in die Kommentare Das war's für heute Ich stelle Ihnen bald weitere Arrangements vor Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie bitte den Kanal, damit Sie nichts verpassen Dann bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal